Die Firma ist jetzt über 50 Jahre alt, 1969 von unserem Seniorchef und Vater gegründet und hat sich dann auf Türen, im Speziellen auch die Haustüren spezialisiert. Das hat man halt so groß noch als Fortschritt darstellt, Virtual Reality, das hinter 1998 schon im Kopf geht, Modelle von kundespezifischen Haustüren darzustellen. So wie es der Kunde noch erhaben will, damit er sieht, das passt oder es passt halt auch mal nicht. Das war eigentlich ein Hauptbeweggrund damals für solche Leute, die dann später mit Pasko und Gutwerks.